Jetzt müssen wir ein wenig hütteln. Ist es recht da? Ist es recht da? Schmied. Hoppla. So, ist es gut? Ist es gut? Herr Schmied, du willst doch mal ein wenig hütteln. So, da bin ich. So. Schau, Herr Schmied, wer da kommt. Grüezi. Hoi, Grosspappi. Ich bin Reto. Hoi, Bruno. Er hat ein bisschen Mühe mit Sitzen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Hä? Auf Wiedersehen. Ade. Ja, ja. Du, Grosspappi. Hä? Dir schaut es denn gut an. Ja, eben. Aber sie nimmt mich einfach nie ein Furze. Aber sie nimmt mich einfach nie ein Furze. Aber sie nimmt mich einfach nicht ein Furze. Aber sie nimmt mich einfach nicht hin. Ich bin colorspappi. Und das ist für mich,